Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Life is Strange. Es geht weiter. Letztes Mal hat uns Chloe gerade noch so vor dem Nathan Prescott gerettet, in dem die uns in ihrem Auto mitgenommen hat. So, dann lesen wir mal. Kostenvoranschlag Autoreparatur 3006 Dollar. Oh je. Hau nochmal 600 drauf, kannst dir den 3D-Drucker leisten. Ja, Pictures, würde ich mal sagen, ne? Schau mal, Chloe und ihr Vater waren so nahe. Oh. Ich und Papa. Da auch nochmal mit einer Katze, ja, ne? Oh. Die Arme, Trulla. Hey, die TV war in der Wohnraum. Ja, jetzt ist es nicht schwer, ne? Erstmal alles ansehen, so. Schalten wir mal an. Oh, buntes Licht. Postkarte. Postkarte. Oregon Coast. Küste Oregon. 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 No. This Postkarte is from Rachel Ember. Oh. Vermisse dich. Wünsche, du wärst hier. Rage. Oh, okay. Das ist interessant. Mit Chloe und Max. Sie ist der Hammer. Oh. Oh, guck mal an. Powergirls. Max, Chloe und die Superkatze. Freiheitsadler. Kosmische Schnecke. Schwarzes Loch. Gefahr. Oh. Oh. Ih, jetzt ist meine ich die Unterwäsche, oder wat? Ja. Gross. Oh, this is a flashback to youth. Our super secret closet lair. Chloe's dad built this dresser. Oh. Och, so traurig. Mhm. Blaue Haare, ne? Das ist die größte Veränderung, würde ich mal sagen. Chloe was always taller than me. We made her dad keep track of her height. Och, wie süß. Nothing but junk in this suitcase. Hm. Auf jeden Fall ist sie auch eine Trinkerin, ne? Hard to believe, Chloe was my BFF just five years ago. Okay, Chloe. A metal box under the bed equals secret. Steck den erst mal ein. Hm. Hey, gimme that. Sorry. I wasn't trying to be nosy. Obviously, she was a good friend. Putting it mildly. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. Yeah, I put them up. She was my angel. After my dad died and you moved, I felt abandoned. Rachel saved my life. Man, I had no idea. Well, you never made much effort to find out. I was 14. We were best friends. I never forgot. Even if I was an asshole and didn't keep in touch. But you had Rachel. Rachel had my back. We were gonna kick the world's ass. You would laugh at how different we were. She wanted to be a star. She looks like a model. That was her plan. Our plan. Get the hell out of Bigfootville and into Los Angeles. So what happened? Did your folks, your mom, try to stop you? My mom was too busy hooked up with Sergeant Shithead. I feel the love. Now, when did Rachel actually disappear? Six months ago. She just left Arcadia. Without a word. Without me. What about her parents? Are they looking for her? They're in denial. Max, I know she's missing. I assume you know more than that. Before Rachel left, she said she met somebody who changed her life. Then poof. And you haven't heard anything from her since? Like everybody in my life. My dad, you, and Rachel. Gone. Can you put on some music now? Oh man, ey. Jetzt hab ich Kacke gemacht, glaub ich, ne? Chloe's Trash overfloweth. Schriftliche Verwarnung der Polizei Oregons. Strafzettel, Verstoß gegen Parkordnung, Strafzettel, Ordnungswidriges Fahren. So, noch mehr. Noch mehr. Is this a desk or a storage space? We used to dare each other to climb down, but never did. Too bad I can't stream any music from Chloe's. She looks super happy. She looks super sad. She looks super stoned. Super happy, super sad, super stoned. Ach, wir hätten so oder so an die Kiste gemusst. Ach, Chloe. Ach, du Funz. Na, dann gehen wir mal raus, ne? Mal gucken, wir müssen in dem Haus nochmal ein bisschen um, würde ich sagen. sagen, Acadia Bay. You can't go home again, said Thomas Wolff. But here I am. This must be closed. Man, I am nosy today. Nein. Oh nein. I bet I could do something to save it. Goodbye, my love is on your street. Goodbye, my love is on your street. Goodbye, my love is on your street. Oh shit. Poor thing. I bet I could do something to save it. Ja, wie denn? React or die, a 21st century survival guide. Whoa. Ach so, sorry. Dog tags, sweet. David Madsen. Oh, David Madsen? David Madsen ist da ein Sicherheitschef. Dog tags, sweet. David Madsen. Hä? Oh my. Chloe made this for Joyce on Mother's Day years ago. I see why she would keep it. Joyce still works at the diner. And Chloe's new dad is a security guard. Ja. Uh oh. Der Vater ist David Madsen. Oh, ähm, ja. Geil. David Madsen ist der Vater. Joyce looks happy. Chloe's stepdad might not be a douchebag after all. Das ist David, das ist der Sicherheitschef. Das ist dir schon klar, äh, Max, ne? Joyce always loved her mail-order-catalogs of useless crap. Aw. Joyce has a little shrine to William. Her new husband may not be such a douche. San Francisco-Urlaub mit William und Chloe. Oh. Sie war da noch im Bauch. Ja, wie rette ich ihn denn? Ich glaube, da muss ich mich für ein bisschen beeilen dann. Oder so. Vielleicht muss ich Wasser holen oder sowas für den Vogel. Ich weiß nicht. Hier. Fluxitin-Tabletten. 10 Milligramm Rezeptpflichtig an den Apotheker. Bitte mit Beipackzettel ausgeben. 100 Tabletten. Ich mag Chloe's neue Haarfarbe-Color. Sie ist das Gegenteil von Shy. Von mir. Haarfärbemittel. Haarfärbemittel. Alles Klärchen. Zeug. Das ist definitiv Joyce's Make-up. Chloe würde nicht Animal-Produkte nutzen. Wrong way. These books have not been touched since the last decade. I see why. Okay. Post. Ihre Abrechnung ist beigefügt, dringend Elektrizitätsrechnung enthalten, überfällig. Oh. Miese Brise. Oh. Von Kate. Eine Nachricht. Danke nochmal für die Hilfe, Max. Sehr gerne. Typ ist ein Arschloch. Das ist der Vater von Chloe. Okay. Und da ist ein Messer. Ich habe nicht gesehen, das Ort in fünf Jahren gesehen. Es scheint für immer. Ich habe dir gesagt, dass du nach dem Arschloch dump hast. Ich habe dir gesagt, dass du weg von dem Ort ist. Es ist gefährlich. Und du hast keine Ahnung, was du da bist. Du weg bist. Ich bin ehrlich. Oha. Das können wir ganz schnell wieder ausschalten. Da hört man eh nichts. Gucken wir uns einfach mal ein bisschen noch hier im Haus um. Ja, auf jeden Fall. Hätte ich jetzt auch Bock auf Burger. Müsli, Milch, Erdwurstbutter, Schokolade, Kuchen, Öl, Bananen, Toilettenpapier. Wahrscheinlich ein Einkaufssettel. Wofür ist das Glas? Travel, oh. Oh, für Paris. Ach, guck mal, da ist noch was. Magazine. Foodcard, Monatsblatt, heiße Reifen, Holzofen, Pizzawagen. Einen Garten haben sie auch. Mal gucken, ob hier irgendwas ist, in dem Garten. Oh. Der hat schon viel gemacht, der Vater von der Chloe. Ein Grab. Oh. Oh, 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 oh. Der Arme, Bongo. Oh, ja, der Garten ist aber auch schon ein bisschen verwelkt und alles, ne? Ein Fleck. Ja, geil. Mmh, lecker. Hey, I remember that stain. Chloe and I knocked over Joyce's wine bottle and we scrubbed forever, but it never came out. We got so busted. If I took this picture, the deer would be standing on your eyes. Oh, oh, oh. Damn, it's the couch. We used to pretend it was a pirate ship. Looks like a ship wreck now. Come on, open it, chicken. Hold on, and I'm not chicken. Prove it. You drink first, Matthew. Sie erinnert sich. No way. It was your idea, Chloe. Whatever. Give me that bottle. Well? Tasty. Very tasty. Here, I want a sip. Sorry. This is not for kids. Don't be greedy. Give me some. Oh, shit, the carpet. There's wine all over. What do we do now? My parents are coming. Cover it up. I think they're aging, these books. There is the garage. What is behind the door? Nope. Someone locked it from the other side. Okay. Okay. Then halt nicht. I'm sure. I'm sure. Is here vielleicht das Eichhörnchen? Nee, ne? Ja, ich glaube, ich finde das Eichhörnchen eh nicht mehr. Einfach mal hier ein bisschen rumkackeln. Das fällt dir jetzt auf. Fällt dir auch jetzt mal auf, weißt du? So nach 300 Jahren, ey. Voll der Toller. Blackwell Academy Sicherheit. David Madsen. Oh, da war aber Militär. Krass. Oha. Mach lieber das Licht wieder aus. Bevor es noch Ärger gibt. Sehr toll. Was ist da denn? Ah. Fernseher. Wieso wird diese Tatkonsequenzen haben? Wowzer. Ein Bild von Blackwell Academy. Ich frage, warum. Platzierung der Kameras. Oh. Oh. Was? Chloes Stepdad hat tatsächlich Kameras in den Römern installiert? Für wirklich? Dieser Mann hat sehr große Vertrauensprobleme. Haben wir Chloe und Joyce überhaupt nicht darüber wissen? Dann machen wir mal lieber die Tür hier wieder zu, ne? Den Schrank. Oder müssen wir das richtig zurückspulen? Schön. Ja, ein bisschen was zu essen, würde ich mal sagen, ne? Yummy, yummy. Ansehen. Ich frage, was in diesen Fällen da drin ist. Suchen. Danke. Durchsuchen wir mal die Akten. Pfff. Oh shit. Das können wir zum Glück gleich hoffentlich wieder zurückspulen. Kate Marsh. Warum würde er die Füße von ihr haben? Okay. Das ist total weirr. Kate Marsh. Sie weiß etwas. Alles klar. Das machen wir mal ganz schnell wieder zurück. Ach ne, da war ja nur das Essen drin. Ups. Okay. Am besten lass wirklich alles so, wie es war, bevor wir die Ärger bekommen noch, weißt du? Hm, David Metzen gesperrt. Passwort eingeben, nicht David Metzen. Ja, gut. Keine Ahnung. Sonst noch irgendwas? Guck mal, hier ist nur die Garage. Ganz viel Essen ist hier. Krass. Guck mal an all diese Füße. Das ist wie genug Spam für 100 Jahre. Ja. Also, der ist vorbereitet für, was weiß ich, wenn der im Krieg ausbricht. Tür öffnen. Und das hat zum Glück mal keine Auswirkung auf das Geschehen hier. So, dann machen wir mal die Waschmaschine an, damit das runterfällt, bestimmt, ne? Hm. Ach, guck mal, Karton. Ah, dann runterschieben. Dann ziehen. Achso. So, jetzt schieben. Und jetzt einschalten. Und jetzt ausschalten. Und jetzt holen wir uns das Werkzeug. Ich hoffe, das funktioniert. Ja. Sehr gut. Gut, dann gehen wir noch schnell nach oben hier. Und was machen wir jetzt mit dem kleinen Vogel? Wie helfen wir denn der Truller? Schließen. Tschüss, Vogel. Sorry, aber wir können ihm nicht helfen, dem Vogel. Funktioniert irgendwie nicht. So, und öffnen wir mal die Tür hier. So, und dann reparieren wir das Ganze mal. So? So? I can't fix this thing. Are these your new photos? Yeah. I just took them today. Let me see. Wait. Wait. I've seen this before. Uh. No way. When did you take this? You took this photo, you brat? In the bathroom today. You set off the alarm. That's why Nathan raged after you. It totally makes sense. You hella saved my life. Now tell me the truth, Max. Okay. I was there. Hiding in the corner. Damn. You're a ninja. A ninja would have cut Nathan's head off. I just took a butterfly photo. That is so badass. Oh yeah. I almost wet myself when I saw the gun. So, did you recognize me? I wasn't sure. I know I look a lot different. I was scared, too. I couldn't see straight. I don't blame you, Max. Like you said, it's been that kind of day. So you must have overheard our conversation. Just a bit. There is no way you didn't hear every single vowel. Okay. I only heard something about money. Drugs. But that's it. Now for the big question. Did you tell anybody? I don't know if you were a ninja would have cut Nathan's head off. Absolutely. Nathan Prescott had a fucking gun on you. Gutless prick. That was scary. Who did you tell? The principal. But he didn't seem to believe me. The principal? Are you still 12? That drunk jackass only cares about cash from Blackwell Academy. Don't trust him. I didn't mention you at all. Swear. Thank God. I'll tell you more someday. And I seriously owe you, Max. I, uh, know it was your birthday last month. This was my real father's camera. I want you to have it. That's so cool you remembered my birthday. But I can't take this. Of course you can. My dad would be pissed if I never used it. And now I know it'll be used awesomely. And I'll snag this picture as a symbol of our reunion. Cool? Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we get that mushy shit out of the way. I feel like stage diving. Let's thrash this place. You're crazy. Yep, yep, I'm fucking insane in the brain. Let's dance. Shake that bony white ass. Or take my picture with your new camera. Das machen wir doch. This song fucking rules. Camp dance hippie, come on. Rock out, girl. Yes, break it down, Max. Yo, turn it off. Turn it off. Oh, oh. Ähm. Oh, oh. Ähm. Chill, I'm changing. Is that okay? Max, find a place to hide. Now. Ja, mach ich. Bett. Chloe, you're stalling. I'm not a kid anymore. I can't hide under the bed. Okay, im Schrank. Let me in. Now. One second. My bra is stuck. I'm not screwing. Oh, oh. Da spule ich mal wieder zurück. Und rastet der Vater noch raus. Let me in. Now. Bewegen. One second. My bra is stuck. I'm not screwing around. Okay, verstecken jetzt. Was riechst du denn, Max? Okay. Okay, 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 okay. I'm giving you exactly... Shit. What's going on in here? Jesus, I'm just trying on clothes. You're so friggin' paranoid. Yeah. Combat will do that to you. One of my guns is missing. Did you take it? Oh, God. I didn't take your stupid gun. You do know I believe in gun control? Wait. Is that grass? You've been toking up again in here? Oh yeah, guns, weed. You were tripping balls. I'm sick of your disrespect. Tell me the truth. That's an order. Who is it? Ich glaube, ich bleb versteckt. Stop treating me and my mom like we're your family platoon. Hey, leave Joyce out of this. I wish you'd leave Joyce. Like now. Oh. Chloe, I'm sorry. I care about your mother and you just keep pushing me. Don't touch me again, asshole. That's the last time. Or I'll bring the cops in here so fast. You're not that dumb. I'd be smart to have you busted. Chloe. Someday you'll grow up. Hey, are you okay? Welcome to the real stepdouche of Arcadia Bay. I'm sorry. For what? He would have been a bigger dick if he caught you in here. That's hard to believe. Aber das gucken wir uns gleich noch an. Let's sneak out of the window. There is one cool place we can go to in this hickhole. David was such a mean bastard to Chloe. What if I had stepped up to help? Das wollen wir jetzt ausprobieren, was dann passieren würde. Ups, das war vielleicht viel zu viel. Können wir das Gras noch verstecken, Leute? Ja, das können wir verstecken. Okay. Okay, 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 gut. Eingreifen. Eingreifen. I'm sick of you losers dragging Chloe down. Missy, you sure do like to pop up and start trouble. Like this afternoon. You don't have anything smart to say now, do you? Get the hell away from her, man. Stop harassing my friends. You don't have any friends. Like you know. You're not even a real cop. You're a fucking security guard. I was a soldier, Chloe. And Max, if I see you here again, you'll learn all about real trouble. Das ist die bessere Entscheidung. Sie wird auch nicht geschlagen. Ich finde, das geht gar nicht. Oh! Put that thing down. Chillax, sister. It's not even loaded. Yet. I thought you believed in gun control. Yes, I believe I should control the gun. It's the men who need to be checked. You trust Nathan or David? Thanks for taking the heat. We totally smacked his punk ass down, Max. He's no match for you and me now. That was an epic win. Anyway, let's sneak out the window. There is one cool place we can hang in this hickhole. Man, that did not go well for me. So, ich glaube... If I want to keep my Blackwell scholarship, I shouldn't lie for anybody. Even Chloe. I have to think about my own future. Genau. Und deshalb spule ich das, glaube ich, wirklich zurück. Übertreib halt nicht. Ich glaube, bei meiner ersten Entscheidung, Leute... Auch wenn das absolut scheiße ist... Die Tat wird Konsequenzen haben. Damn, what are you waiting for? Open the window. Okay. Aber bevor wir das machen, verende ich die Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.